Hallo, mein Name ist Benji. Ihr kennt mich vielleicht. Es gibt auch einige Leute, die mich nicht kennen. Das ist nicht so schlimm. Ich sende jetzt von Ihnen eine ganz neue Umgebung aus einem ganz speziellen Grund. Weil ich möchte auch etwas spezielles zeigen. Ich bin nämlich letztens wieder draussen gewesen. Die Städte, wo die Sonne erscheint. Ich habe Szenen aufgenommen aus der Umgebung, in der ich lebe. Das ist Appenzellanland in a Place to be. Ihr kennt vielleicht einige. Und da möchte ich euch einige Szenen nicht vorenthalten. Ich denke es sind einige gute dabei. Die Aufnahmen habe ich mit einer Alpha 65 aufgenommen. Und es könnte auch für die vielleicht ein Test sein, die sich gefragt haben, ob wir einen Camcorder oder einen DSLR kaufen, um ein Video aufzunehmen. Das könnte vielleicht auch eine Antwort sein. Dann wünsche ich euch viel Spass bei der Szenen. Euch alles Gute. Eine gute Woche. Schöne sonnige Tage, solange es noch da sind. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Jungs nochmal noch ein題. Musik Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.